Hey! Hey, es ist so schön, euch zu sehen. Es ist schön, euch in Frankfurt imaginär zu sehen und den ganzen Online-Campus. So schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir Gottesdienst zusammen feiern können und dass wir immer wieder erleben, Gott redet, Gott handelt, Gott bewegt. Es ist einfach richtig, richtig gut. So schön, dass du dabei bist. Ich glaube, Gott möchte heute dir etwas geben, ganz persönlich. Ich will direkt einsteigen und ihr seht, ich habe hier etwas mitgebracht. Hier habe ich etwas, was ihr alle kennt, vermute ich. Das ist ein Spiegel. Wer kennt einen Spiegel? Sehr gut. Einige melden sich nicht, okay. Es wäre gut, ab und zu im Leben mal so wie ich gerade hier hineinzuschauen. Heute Morgen, als ich aufgestanden bin und bevor ich in den ersten Gottesdienst hier gegangen bin, habe ich in diesen Spiegel geschaut, nicht in diesen, ich hatte zu Hause noch einen anderen und habe Folgendes gemacht. Ich habe geschaut, sitzt meine Frisur richtig? Da gab es nicht viel zu richten, die ist in Ordnung gewesen, aber ich habe mich rasiert, habe geguckt, dass die Stoppeln die richtige Länge sind, wie meine Frau sie mag. Und so benutzen wir einen Spiegel eigentlich alle. Ich hoffe, ihr auch. Warum benutzen wir einen Spiegel? Weil er uns etwas über uns selbst sagt. Wenn ich in den Spiegel hineinschaue, dann sehe ich mich selbst. Er reflektiert mich und ich sehe vor allem, wenn etwas nicht stimmt. Weil das könnte ja peinlich sein, wenn etwas nicht stimmt und ich komme hierher und ihr alle dreht irgendwie den Kopf dahin und her oder schaut weg oder was weiß ich wie, weil ich komisch aussehe. So wir alle benutzen einen Spiegel im Leben wie etwas Selbstverständliches, um uns selbst anzuschauen, um etwas über uns zu erfahren. Jetzt ist es so, dass wir alle wissen, dass im Leben äußerlich alles toll sein kann. Aber das heißt nicht, dass es innen drin alles in Ordnung ist. Und deswegen möchte ich heute über Spiegel für unser Herz reden. Ich möchte darüber reden, wie wir etwas über unser Herz erkennen. Und ich glaube, dass Gott uns dazu einiges zu sagen hat, weil er ist ein echter Herzspezialist, der beste Herzspezialist überhaupt. Und ich möchte mit euch einsteigen in einen Vers aus Sprüche 4, Vers 23, da heißt es vor allem aber, behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Was für eine Sache. Ja, es ist eine Realität. Äußerlich kann alles in Ordnung sein. Wir können in den Spiegel schauen und wie ein Topmodel aussehen, aber das garantiert noch nicht, dass hier drinnen alles in Ordnung ist und gut aussieht. Was die Bibel uns hier sagt ist, achte auf dein Innerstes, achte auf dein Herz, auf das, was in dir drinnen ist. Und da geht es nicht um das physische Herz, das schlägt. Das ist auch gut, darauf zu achten. Aber es geht um unsere Seele. Es geht um unseren Geist. Es geht um unser Innerstes, wo wir Entscheidungen treffen, wo wir mit Gott verbunden sind. All das ist ist unser Innerstes, unser Herz. Und die Bibel sagt uns, achte darauf, mehr als alles andere, denn es beeinflusst dein ganzes Leben. Und wir alle wissen das, dass wenn das Herz krank ist, dann beeinflusst das unser ganzes Leben. Menschen, die mit Depressionen zu kämpfen haben, Menschen, die durch schwierige Phasen hindurchgehen, vielleicht durch Trauer hindurchgehen, wo das Herz beschwert ist, wenn das Herz Bedrückung erlebt, das beeinflusst das ganze Leben. Da kann draußen die Sonne scheinen, gefühlt scheint sie für uns nicht. Warum? Weil im Herz etwas nicht stimmt. Und deswegen ist es so gut, dass Gott uns Herzensspiegel gibt. Aber bevor wir zu dem Herzensspiegel kommen, möchte ich noch einen Vers vorlesen oder zwei aus Sprüche drei, die Verse fünf und sechs. Da heißt es, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn. Also wieder das ganze Herz. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn. Wenn man mit Gott unterwegs ist, wenn man irgendwo diese Verbindung mit Gott geknüpft hat und angefangen hat, dann erlebt man eine Sache. Es geht um Beziehung. Für Gott und für uns geht es um Beziehung. Und eine gute Beziehung beinhaltet Vertrauen. Hier heißt es, du musst nicht alles verstehen. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. So oft versuchen wir, alles zu verstehen. Aber Verstehen hilft nur ganz begrenzt zum Vertrauen. Ganz ehrlich, ich bin seit über 30 Jahren mit einer Frau verheiratet, glücklich verheiratet. Aber ich verstehe diese Frau immer noch nicht. Warum? Weil ich ein Mann bin. Und sie versteht mich immer noch nicht. Aber wir vertrauen uns. Beziehung ist nicht primär verstandesbasiert, sondern Beziehung ist vertrauensbasiert. Und das hat etwas mit unserem Herzen zu tun. Gott lädt uns ein, eine Herz-zu-Herz-Verbindung zu ihm zu haben, dass unser Herz sich mit seinem Herz verbindet. Und die Grundlage ist Vertrauen. Und so möchte Gott uns so etwas wie einen Herzensspiegel geben. Nicht einen Spiegel nur fürs Äußere, sondern etwas, worin wir sehen können, wie sieht es eigentlich in uns aus? Können wir eigentlich Gott vertrauen? Wo hängt es eigentlich, dass in unserer Beziehung zu Gott oder auch zu anderen vielleicht in unserem Herzen etwas quer ist? Und das hier ist der beste Herzensspiegel, den es gibt. Das ist die Bibel. Das ist das Wort Gottes. Wir glauben, dass das nicht einfach nur ein Buch von Menschen geschrieben ist, sondern die Bibel sagt über sich selbst, dass sie vom Heiligen Geist inspiriert ist. Das heißt, Gott selbst hat Einfluss auf Menschen genommen, wie sie das aufschreiben. Du findest zwar die Persönlichkeit, die Sprache der Menschen, die das geschrieben haben, aber der Heilige Geist hat sie inspiriert, hat sie geleitet. Und das heißt, Gott selber redet in seinem Wort. Er stellt sich in seinem Wort vor. Er selber wird zu einem Spiegel für uns ein Gegenüber. Wir sehen Gott, wir lernen Gott kennen und in dem Maße, wie ich ihn kennenlerne, lerne ich auch mich kennen. Wenn ich ihn anschaue, sehe ich nämlich auch, was bei mir anders ist. Und so wird er zu einem Spiegel für uns. Sein Wort ist ein Spiegel für uns. Und jeder Mensch, der mit Gott in Berührung kommt, jeder Mensch, der sich von Gott ansprechen lässt, auch durch die Bibel ansprechen lässt, Gott in sein Wort hineinsprechen lässt, wird erleben, dass er Dinge über das eigene Herz kennenlernt, im eigenen Herzen versteht und auch Wege aufgezeigt bekommt, sein Herz zu korrigieren. Denn als ich heute Morgen in den Spiegel geschaut habe und gesehen habe, was nicht gestimmt hat, habe ich es korrigiert. Das ist ja der Sinn von einem Spiegel. Ein Spiegel ist nicht nur dazu da, dass ich hineinschaue und sage, oh, wie toll ich aussehe. Das kann auch mal sein. Aber eigentlich ist es dazu da, dass ich sehe, ist alles in Ordnung. Und Gott gibt uns die Möglichkeit zu sehen, wie es in unserem Herzen aussieht, um unser Leben zu korrigieren, auszurichten, um dann ein Leben zu leben, so wie er es sich wirklich gedacht hat. Das ist der Plan Gottes. Und wenn wir in das Wort Gottes hineinschauen und wenn wir uns Gott selber anschauen, dann entdecken wir einige solcher Spiegel, die hilfreich sind. Zum Beispiel, wenn wir das Wort Liebe anschauen. Wir wissen, dass es in unserem Glauben ganz stark um Liebe gibt. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass das Wort Liebe, Lieben, über 700 Mal in der Bibel vorkommt. Johannes sagt, Gott ist die Liebe. Und die Liebe ist so etwas wie ein Herzensspiegel für uns. Das heißt, wenn ich mit dem Anspruch zu lieben konfrontiert werde, zum Beispiel sagt Jesus, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich merke, dass mit der Liebe den Nächsten zu lieben, das fällt mir irgendwie schwer. In dem Augenblick entdecke ich etwas über mein Herz und kann anfangen, das zu korrigieren. Gott ist die Liebe. Eigentlich ist er selber unser Spiegel, um unser Herz zu erkennen und unser Herz richtig auszurichten. Und in der Vorbereitung bin ich auf eine Sache gestoßen. Das Wort Liebe, was so zentral in unserem Glauben ist, über 700 Mal. Es gibt ein Wort, was über 2100 Mal, also dreimal so viel wie das Wort Liebe in der Bibel vorkommt. Und das ist das Wort geben. Geben. Und ich habe darüber nachgedacht, warum ist das so? Gott ist die Liebe. Und dann ist mir bewusst geworden, Gott ist auch der größte Geber überhaupt. Gott hat uns diese Welt gegeben. Er hat uns das Leben gegeben. Er hat uns Gnade gegeben. Er hat uns Vergebung gegeben. Er hat uns Liebe gegeben. Er hat uns Menschen gegeben, Beziehungsfähigkeit. Er gibt uns zu essen. Er gibt und 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 gibt. Er ist der größte Geber überhaupt. Er hat uns die Ewigkeit gegeben. Gott hat uns seinen Sohn Jesus gegeben, damit wir diese Beziehung zu ihm haben können. Er hat uns Beziehung zu ihm ermöglicht. Er hat sie uns gegeben. Gott ist der größte Geber überhaupt. Und deswegen glaube ich, dass Geben tatsächlich, und darüber habe ich nachgedacht, das ist mir so bewusst geworden, Geben ist tatsächlich ein Spiegel für unser Herz, genauso wie Liebe ein Spiegel für unser Herz ist. Und hierbei geht es mir nicht primär um finanzielles Geben. Finanzielles Geben oder Geben, wenn ich Besitz weitergebe, ist ein Teil des Ganzen. Aber Geben ist ein Prinzip im Reich Gottes, was so, so viel größer ist, was von Gott selbst kommt, weil er der Geber überhaupt ist. Es ist ein Prinzip, was sich durch das ganze Leben hindurch zieht, ganz unabhängig von materiellen Dingen, von Besitz, von Finanzen, die man aber auch natürlich geben kann. Das ist auch Teil davon. Und ich möchte mit euch eine Bibelstelle anschauen, in der Jesus redet, in der das sehr deutlich wird. In Lukas 6, die Verse 37 und 38. Jesus redet hier und er sagt, richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütten. Ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Wenn wir uns diese Bibelstelle anschauen und mal die Parallelstellen anschauen, in der Bergpredigt in Matthäus sagt Jesus im Prinzip das Gleiche ohne diesen Satz gebt und es wird euch gegeben. Er sagt auch, richtet nicht, verurteilt nicht. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch gemessen werden. Das heißt, Jesus macht deutlich, dass wir auf eine Art leben oder hier fasst er das zusammen mit dem gebt. Wir geben, unser ganzes Leben besteht eigentlich aus geben. Wenn er sagt, verurteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werden, dann ist die Frage, geben wir Verurteilung oder geben wir Gnade? Geben wir Richtersprüche über andere, die wir einfach negativ reden, indem wir negativ reden? Oder geben wir Positives weiter, indem wir Menschen vergeben, indem wir die Gnade und die Liebe Gottes weitergeben? Gebt und es wird euch gegeben. Und das ist völlig losgelöst erst mal von Finanzen. Das ist ein Teil davon. Und manchmal missbrauchen wir, sage ich mal, diese Stelle fast, indem wir sagen, gebt und es wird euch gegeben. Hier geht es nur um Finanzen. Das ist viel zu klein gedacht. Wir müssen viel, viel größer denken. Gebt und es wird euch gegeben. Und es ist interessant, im Leben das zu erleben, wie sich das auswirkt. Vor über 30 Jahren habe ich eine wunderbare Frau kennengelernt und habe es geschafft. Sie war gut befreundet, sage ich mal, mit einem meiner besten Freunde. Und ich sage mal nicht, ich habe es geschafft, ihn auszuspannen. Aber irgendwie das ging zu Ende und dann, yes, dann durfte ich sozusagen mich verlieben. Ich bin mit ihr zusammengekommen. Ich war begeistert von dieser Frau. Ich hatte Flugzeuge im Bauch. Die Hormone waren da. Es hat geprickelt. Und wie das so ist, wenn man verliebt ist, dann ist es so leicht, dem anderen etwas Gutes zu tun. Ich habe damals Liebesbriefe geschrieben. Wenn ich die heute mir noch anschaue, wir haben die auch bewahrt, denke ich, was für ein Mensch bist du damals gewesen. So kennst du dich ja gar nicht. Heute kenne ich mich tatsächlich nicht mehr so. Aber es ist so, in bestimmten Situationen fällt es uns leicht zu geben. Warum war es mir so leicht, damals zu geben, sie glücklich zu machen, Blumen zu kaufen, Geschenke zu kaufen, alles Mögliche zu machen? Es war das, ich wollte sie erobern. Sie hat mir gut getan. Ich wollte sie erobern. Ich wollte, dass da etwas Festes daraus wird. Und so habe ich in diese Beziehung hinein investiert. Irgendwann habe ich sie gefragt. Sie hat ja gesagt. Wir haben geheiratet. Und dann ist mir das passiert, was sehr vielen Menschen dann passiert. In dem Augenblick hatte ich sie erobert. Und dann hörst du plötzlich aufzugeben. So vielen Menschen in so vielen Ehen geht das so, weil sie irgendwie unbewusst vom Geber zum Nehmer umschalten. Ich habe doch geheiratet, damit meine Frau mich glücklich macht. Ich habe geheiratet, um ein glückliches Leben zu haben. Ja, natürlich habe ich geheiratet, um ein glückliches Leben zu haben. Aber ich habe etwas verpasst. Das Glücklichsein in unserer Ehe kommt dadurch und kam dadurch, dass wir beide gegeben haben. Und für eine Zeit lang hatte ich das vergessen und irgendwie so an den Tag gelegt, dass ich dachte, jetzt will ich einfach das Glück der Ehe genießen. Und habe aufgehört, mich auf die gleiche Art zu investieren, Liebe weiterzugeben, Gutes zu geben wie vorher. Und das hat bedeutet, dass es in unserer Beziehung schwieriger wurde. Warum? Weil ich vom Geber zum Nehmer geworden bin. Und erst als ich umgeschaltet habe, als ich verstanden habe, eine gute Partnerschaft habe ich nicht dadurch, dass ich einen guten Partner habe, sondern dem ich der richtige Partner bin, habe ich angefangen wieder zu geben, habe ich angefangen zu investieren. Und dann habe ich genau das erlebt, was Jesus hier sagt, gebt und es wird euch gegeben werden. Die glückliche Ehe, die wir heute nach über 30, nach über 31 Jahren immer noch führen dürfen, beruht darauf, dass wir beide nicht nur Nehmer sind, sondern dass wir beide uns entschieden haben. Wir geben, wir entscheiden uns, den anderen glücklich zu machen und dann können wir auch empfangen. Und es ist ein Kreislauf, der zustande kommt, wo sich das Glück förmlich vermehrt und der Segen größer wird. Das ist das Prinzip Gottes. Gebt und es wird euch gegeben. Gib Liebe, gib Verständnis, gib Gnade, gib Verstehen, gib Zuhören, gib Zeit. All das können wir geben und dann erleben wir das, was Jesus hier sagt, dass Dinge sich reproduzieren, dass Dinge auf unser Leben zurückkommen und wir hineinwachsen in das, was Gott für uns vorhat. Aber ganz ehrlich gesagt, viele von uns kennen das, dass dieses Geben manchmal nicht so leicht ist. Warum ist das so? Beim Geben geht es darum, dass ich etwas weggebe, was mir gehört, etwas weggebe, was für mich vielleicht wertvoll ist, was ich als wertvoll empfinde. Kennt ihr den Streit zwischen Kindern, wo beide an etwas zerren und beide halten an etwas fest? Jeder sagt meins, 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 obwohl es dem Papa gehört. Dieses meins, meins, meins erzeugt nur Spannung. Aber es kommt aus dem heraus, dass ich etwas für wertvoll empfinde und ich es gerne für mich hätte. Und das bedeutet, beim Geben, ich gebe etwas, ich lasse etwas los, was eigentlich für mich einen Wert hat oder für mich wertvoll ist. Ich will es konkret machen. In der Bibel, ich habe gesagt, die Bibel ist ein Spiegel für uns, geht es darum, dass Gott uns zum Beispiel herausfordert, die Eltern zu ehren. Was heißt es, die Eltern zu ehren? Und das kann zum Beispiel sein, den Eltern Wertschätzung zu geben, ihnen Dankbarkeit zu geben. Das kann zum Beispiel sein, ihnen Zeit zu geben. Gerade viele von uns, die in meinem Alter sind, die Eltern haben, die dann schon in der letzten Lebensphase sind, was wir unseren Eltern geben können, ist Dankbarkeit, Wertschätzung. Wir können ihnen Zeit geben. Aber Zeit ist gleichzeitig ein sehr hohes Gut. Zeit kann für mich sehr wertvoll sein. Vielleicht habe ich einen stressigen Job und jetzt soll ich meinen Eltern Zeit geben und ich merke, wenn ich ihnen Zeit gebe, dann habe ich diese Zeit ja jetzt nicht mehr für mich, weil ich sie weggegeben habe. Und wenn Zeit für mich etwas Wertvolles ist, dann kann das sein, dass mich das herausfordert. Und so passiert es dann, dass wenn wir mit Dingen konfrontiert werden aus der Bibel, die Gott uns sagt, dass da plötzlich etwas über unser Herz herauskommt. Vielleicht hast du eine sehr, sehr gute Beziehung zu deinen Eltern gehabt und für dich ist es keine Frage. Du gibst ihnen diese Zeit gerne, du gibst ihnen die Wertschätzung gerne. Aber ich schätze, dass wahrscheinlich bei der Hälfte von uns hier, hier oder auch online, Folgendes der Fall ist. Vielleicht ist die Beziehung zu deinen Eltern gar nicht so gut. Und dann denkst du, sind sie es überhaupt wert? Will ich das überhaupt? Vielleicht haben deine Eltern einen Umgang mit dir gehabt, der dich sehr verletzt hat. Vielleicht hast du Erfahrungen an deine Kindheit, die nicht schön sind. Und da ist etwas in deinem Herz. Und was passiert? Gott sagt in seinem Wort, ehre deine Eltern. Und plötzlich stehst du vor diesem Spiegel und du merkst, etwas passiert in meinem Herzen, das irgendwie nicht so ganz wie das ist, was die Bibel hier sagt, was Gott mir vor Augen malt. Und das ist der Moment, wo Gott an meinem Herzen etwas tun kann. Das ist der Moment, wo ich Gott an mein Herz dranlassen kann. So viele Menschen verschließen einfach ihr Herz und sagen, ich bestimme darüber, ich gehe jetzt damit um. Und sie richten ihr Herz nicht nach Gott aus. Aber die Folge ist auch, dass sie keine Herz-zu-Herz-Verbindung zu Gott erleben. Aber wenn ich mein Herz in solchen Augenblicken für Gott öffne und ihn an mein Herz lasse, wenn Heilung in mein Herz kommt, wenn Veränderung in mein Herz kommt, wenn ich mich daran ausrichte, was er sagt und mich dazu entscheide, so zu handeln, wie er es sagt, passiert plötzlich etwas in meinem Herzen. Wenn wir den Spiegel Gottes ernst nehmen, dann hat das eine wunderbare Möglichkeit, unser Herz zu transformieren und auf eine ganz neue Ebene zu bringen. Ich habe vorhin gesagt, Gott ist der größte Herzspezialist überhaupt. Er ist besser als der beste Herzchirurg, weil er viel, viel tiefer gehen kann und Dinge in unserem Herzen heilen und verändern und freisetzen kann. Und er gibt uns dazu seinen Spiegel und seine göttlichen Leitlinien, die uns helfen. Ich habe darüber gesprochen, dass Geben manchmal schwer ist, weil ich es loslasse. Das heißt, ich gebe etwas, was für mich wertvoll ist. Ich gebe Zeit und ich lasse sie los. Ich gebe Wertschätzung, die ich vielleicht selber gerne hätte, vielleicht auch von meinen Eltern nicht bekommen hätte, habe, aber ich gebe trotzdem Wertschätzung, vielleicht Dankbarkeit, vielleicht eine Postkarte. Mag sein, dass sie mir nicht viel Gutes getan haben, aber vielleicht haben sie dafür gesorgt, dass du eine Ausbildung bekommen hast, dass du immer versorgt warst, immer was zu essen hattest und dafür einfach eine Dank zu geben. Das kann so viel bedeuten. Und dieses Geben setzt wieder etwas frei. Und das ist eigentlich das Wunder in dem Geben, was wir hier kennenlernen. Ich gebe, ich lasse etwas los, was nicht selbstverständlich ist, aber in dem Augenblick habe ich wieder freie Hände und Gott beginnt mir etwas zurückzugeben. Gebt und es wird euch gegeben. Ein gerütteltes, ein geschütteltes, ein volles Maß, denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird auch euch gemessen werden. Das sagt Jesus. Jesus sagt, gib, lass los, dann bist du wieder neu frei zu empfangen und dann kann Gott seine Segensmechanismen in Gang setzen, um dich zu segnen, damit du das erlebst, was hier wirklich von seiner Seite geplant ist. Ich habe vorhin gesagt, dass es nicht nur um Finanzen geht, aber natürlich geht es auch um Finanzen. Und wir sind heute an einem, ich sage mal, historischen Tag auch wieder für uns als Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr euch dessen bewusst seid, aber diesen Tag, den wir einmal im Jahr haben, das ist ein Tag, der eine Ewigkeitsdimension hat, weil wir entscheiden uns als Gemeinde, dass wir geben, um etwas möglich zu machen, was sonst nicht möglich wäre. Unser Herz für sein Haus. Einmal im Jahr haben wir das, wo wir sagen, wir praktizieren das, dass wir gottähnlich werden, dass wir in den Spiegel schauen, unser Herz an ihm ausrichten und geben, so wie er gegeben hat. Und hier merken wir, dass Geben von materiellen Dingen genauso ein Spiegel ist. Weil bei vielen Menschen passiert das, das habe ich früher selbst erlebt, mittlerweile liebe ich es auch, in der Kirche über Geld zu reden, aber ich weiß, dass es vielen Menschen so geht, dass wenn in der Kirche über Geld geredet wird, innerlich etwas im Herz passiert. Und genauso soll es auch sein, weil Gott uns einen Spiegel mit dem Geben vor das Herz hält und sagt, schau dein Herz an, wie es da aussieht. Vielleicht merke ich, dass ich nicht wirklich Gott vertraue, dass er mein Versorger ist. Wir haben den Vers gehabt, vertraue Gott von ganzem Herzen. Vielleicht merke ich, ich kann ihm nicht mit ganzem Herzen vertrauen und der Spiegel zeigt mir etwas über mein Herz. Vielleicht sagt mir mein Herz in dem Augenblick, das ist aber etwas, was ich haben will. Und das ist genau das. Dinge, die mir wichtig sind, Dinge, die mir wertvoll sind. Und am Geben, auch von materiellen Dingen, entscheidet sich so viel über unser Herz. Bei Kalino und bei mir hat das begonnen, als wir damals angefangen haben, den Zehnten zu geben. Der Zehnte, das heißt, ein Zehntel von meinem Einkommen gebe ich zurück an Gott. In der Bibel heißt es, bring den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Das heißt, die Gemeinde, damit die Dinge dort in der Gemeinde funktionieren. Und das sollte der Standard sein für Christen. Dass sie sagen, ich lebe nicht nur für mich, sondern geben beginnt mit dem Zehnten. Das ist einfach eine Regel, die ich vom Wort Gottes habe. Da hält er mir einen Spiegel vor und da passiert etwas in meinem Herzen und dann brauche ich eine Weile. Für uns hat das bedeutet, weil da waren damals die Ängste da, werden wir genug haben? Und das zu überwinden, unser Herz an dem Punkt auszurichten und zu sagen, ja, Gott ist unser Versorger und er wird uns helfen. Und ja, wir müssen besser planen. Ja, wir müssen besser haushalten, wie wir mit den 90 Prozent umgehen. Aber dann zu erleben, dass die Versorgung tatsächlich von Gottes Seite aus da ist. Mit dem Zehnten beginnt es. Dann geht es mit Opfer weiter. Die Bibel redet von Zehnten und Opfer und sagt, dass wir mit beidem einfach unterwegs sein sollen. Opfer, das kann wie jetzt unser Herz für sein Haus sein, wo wir als Gemeinde zusammenlegen. Aber Opfer, das kann auch sein, dass ich jemandem persönlich etwas gebe, dass ich jemandem segne, einfach weil ich das Empfinden habe, Gott will ihm etwas geben. Vielleicht jemand in Not, vielleicht in die Mission oder wo auch immer. Ich kann geben in verschiedenste Situationen hinein. Ich gebe über den Zehnten hinaus. Und wenn ich das erlebe, dann erlebe ich eine große Freiheit. Aber bis ich das erlebe, passiert oft ganz, ganz viel in meinem Herzen. Weil Geben spiegelt uns etwas. Es löst etwas in unserem Herzen aus. Und etwas, womit ich dann umgehen kann, umgehen darf. Als Andreas Kaline und mich vor über 30 Jahren gefragt hat, diese Gemeinde hier mit zu gründen und mit aufzubauen, hat er nicht in erster Linie nach Finanzen gefragt, sondern er hat danach gefragt, Thomas, Kaline, würdet ihr euch hineingeben? Würdet ihr euch mit eurer Zeit hineingeben? Würdet ihr euch mit euren Gaben hineingeben? Würdet ihr euch mit eurer Verbindlichkeit hineingeben? All das waren Dinge. Finanzen war auch ein Teil davon. Aber es war eine Entscheidung, wo wir damals überlegt haben, wollen wir uns hineingeben? Wollen wir uns geben mit allem, was wir sind? Und wir haben damals Ja dazu gesagt. Wir haben Ja dazu gesagt. Und heute über 30 Jahre später stehe ich einfach mit Staunen und Dankbarkeit vor Gott, was er aus diesem Geben gemacht hat. Ich will nicht mir etwas anrechnen, überhaupt nicht. Aber ich kann sehen, Menschen haben sich selbst hineingegeben. Und das, was damals mit 30 Leuten begonnen hat, hat heute weit über 1000 Leute und weltweit gesehen viel, viele tausend mehr Einfluss und Segnungen freigesetzt. Und es ist, alleine wenn ich die Gemeinde sehe und erlebe, wenn ich uns hier in Wiesbaden sehe und weiß, in Frankfurt sind noch mal so viele und wahrscheinlich ungefähr das Zehnfache, was online dabei ist, dann schlägt mein Herz voller Freude, weil ich sage, ja, ich habe mich hineingegeben und Gott hat etwas Übernatürliches draufgegeben. Ja, ich habe Zeit gegeben, ich habe mich gegeben, ich habe investiert, ich habe gegeben für Menschen, die damals noch nicht da waren. Ich habe sogar gegeben für Menschen, die noch nicht geboren waren, wie ein, nee, Antonio war schon geboren. Aber wir haben gegeben, wir haben geglaubt und deswegen sage ich das auch, weil unser Herz für sein Haus ist nicht, na, wir sammeln einmal im Jahr einfach ein Sonderopfer, sondern es ist Gottes Herzschlag, mit dem er uns konfrontiert, mit dem er uns einen Spiegel vorhält und sagt, wollt ihr so sein wie ich? Und deswegen habe ich vorhin gesagt, es hat eine Ewigkeitsdimension. Weil durch unser Geben, und das sind wir uns oft nicht bewusst, wir wissen oft nicht, wir wissen oft nur, was wir losgelassen haben. Aber das Interessante ist ja, das Geben eine Frucht und eine Saat hervorbringt oder eine Frucht hervorbringt aus der Saat, es ist wie eine Saat, bringt eine Frucht hervor, die so viel größer ist. Wir hatten das Motto ja, wer einen Apfelbaum pflanzt für diese Zeit. Du brauchst nur einen Kern und du hast einen Apfelbaum. Saat, etwas, was wir geben, bewirkt so viel mehr. Ich habe eins verstanden, wenn wir unser Herz für das Haus Gottes praktizieren und wir sagen, der Zehnte ist unser Standard im Geben, aber wir geben jetzt bei diesem Opfer darüber hinaus. Ich habe eins verstanden, wir machen damit etwas möglich, was sonst nie möglich wäre und wir bringen Leuten damit die Ewigkeit. Wir sind uns dessen oft nicht bewusst, aber durch unser Geben machen wir etwas möglich, was sonst nicht möglich ist. Und es ist ein so großes Privileg, ein außergewöhnliches Privileg geben zu können. Ein außergewöhnliches Privileg, Gott ähnlich zu werden, in seinem Reich teilzuhaben und einen Unterschied in dieser Welt zu machen und Spuren für die Ewigkeit zu hinterlassen. Wow. Für Gott geht es ums Herz. Gott selbst ist der Spiegel. Er gibt uns sein Wort als Spiegel. Er gibt uns in seinem Wort Dinge, die uns einen Herzensspiegel vor Augen halten. Wenn wir in den Spiegel schauen, in Gottes Spiegel schauen, dann ist es eigentlich so, als ob wir Gott sehen als Gegenüber. Und weil Gott in uns lebt, er hat in uns Wohnung gemacht, aber gleichzeitig sehen wir natürlich auch, wir sind nicht Gott. Aber was für ein wunderbarer Moment, unser Herz zu nehmen und es Gott hinzuhalten und es verändern zu lassen. Ich möchte euch bitten, dass ihr einfach mal die Augen schließt und ich möchte euch genauso in Frankfurt auch, schließt einfach die Augen. Ich glaube, dass es ein persönlicher Moment für jeden Einzelnen vor Gott ist. Auch online, wo auch immer ihr seid, ein Moment vor Gott. Gott und du persönlich. Und vielleicht hast du noch gar keine Beziehung zu Gott. Wir haben was von Vertrauen gehört, eine vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Heute ist ein Moment, wo Gott dich einlädt und sagt, ich lade dich ein, in die Beziehung zu mir zu kommen, in die Beziehung zu mir einzutreten und ich will eine Beziehung zu dir haben. Im Neuen Testament wird es so beschrieben, dass Jesus an der Tür steht und anklopft und sagt, wer mich einlässt, zu dem werde ich kommen. Heute ist eine Gelegenheit für jeden, Jesus einzulassen in dein Leben. Und besonders, wenn du diese Beziehung noch nicht hast und die noch nie eingelassen hast, dann ist jetzt ein Moment. Und ich möchte dich einladen, und ob du online dabei bist, vielleicht ganz alleine zu Hause, ob du hier in Wiesbaden bist, ob du in Frankfurt bist, wenn du sagst, ich will diese Beziehung zu Gott haben oder vielleicht hatte ich sie mal, habe sie verloren, aber ich will diese Beziehung zu Gott haben, dann gib Gott jetzt einfach ein Zeichen, indem du einfach deine Hand hebst und sagst, Gott, hier bin ich. Ich möchte Mut machen, auch hier das zu machen. Nur Gott sieht das, ich sehe das von hier vorne. Dankeschön. Aber es geht wirklich darum, dass du etwas vor Gott festmachst und mit Gott in Verbindung kommst. Dankeschön. Ich glaube, auch online haben viele die Hand gehoben. Und ich möchte ein Gebet sprechen und möchte jeden, der sagt, ja, das will ich, bitten und einladen, dieses Gebet mit mir zu sprechen, ist ein Gebet, mit dem du die Beziehung zu Gott startest. Und ich lade die ganze Gemeinde ein, dieses Gebet einfach zur Unterstützung mitzusprechen. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich will diese Beziehung zu dir. Heute starte ich mit dir durch. Ich lege mein Leben in deine Hand. Ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich von den Dingen, die nicht in Ordnung sind. Schenk mir dein Leben. Ab heute will ich mit dir leben. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass ich zu dir gehören darf. Und ich bekenne heute, du bist mein Herr und mein Gott. Amen. Amen.